Freunde der Sonne, JRG717 ist mein Kanal. 7hater.com ist meine Website und gestern war Dienstag und selbstverständlich Steinau-Dienstag. Da war ich wieder abends in Steinau und bin mit der dortigen Mountainbike-Gruppe eine schöne Abendrunde gefahren. Bei herrlichem Sonnenschein sind wir gestartet und dann in die Nacht hinein gefahren bis es stockdunkel war und dann gab es den Abschluss wie immer in der Bauernschenke bei netten Gesprächen. Auch das hat sich wieder gelohnt. Wenn ihr Lust habt, schaut euch die Bilder an. Die kommen wieder von Andreas und Roland. Viel Spaß bei dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020